Null Dreier. Aber er tut es richtig. Ich mache es, ich muss es. Vier Stück allein bei mir. Oh Gott. Drei mal hier. Weißt du was, Dalu? Ich sage das hier. Hm. Ich habe nicht mal eine. Liar. Oh, oh. Ja, okay, ich habe doch ein paar. Oh, 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 oh. Nicht die, Alter. Nicht die, aber auch durch. Manchmal, ne? Holy shit, sind aus viele Einsen. 8 Deals. 8 sogar. Ich würde es witzig finden, wenn du mit 8 Leuten in der Lobby kannst und die spielen an einem anderen Tisch und du siehst das Sound, du hörst auch diese Schüsse und so. So einfach das ganze Ding als eine... Ja, so eine, so eine Lobby. Denkern, du hast nur einen Päusen. War ja. Oh nein, Knechti. Knechti. Ich habe null. Ich habe null. Ich habe null. Aber Julie hat sieben. Fuck. Ja. Fast. Julie hat so viel geboten und nichts gebracht. Das ist insane. Ja. Da war nichts dahinter. Zeichnet sich hier halt jede Runde ein Bild ab. Welches? Welches? Alles oder nix? Niemals. Wie missvoll weh dich auf 20 Würfel? Ich glaube das auch nicht. Nein. Na. Sehr gut, Julie. Na ja, ich habe alleine schon 2-1. Also wenn Julie eine hat, bin ich da. Ja. Und ihr trinkt alle. Schön, schlecht. Die schönen Items. Ah, Julie, Mann! Mann, Julie! Ui! Ui! Double Kick! Ui! Ach, Schein! Mann, ich lebe noch. Ich bin still standing mit meinen letzten Kräften. Wer nimmt dich in der nächsten Runde? Ops! Aber sowas von. Wie mein Mund sich noch bewegt. Oh! Versuchst du noch unter deinem Becher zu gucken? Ich versuche gerade noch den umzupushten. Na ja. Dann schau, zeig doch mal. Nein! Schein! Schein! Ich habe ein eigenes Grab geschaufelt. Es war ein Grab-Aushebemaschine. Und die Kollegen habe ich mitgenommen. Nein, es ist uns alle ermordet. Ich darf anfangen. I'm going on an adventure. Ich sage, es sind fast wie. Am! Hier der Hallo! Okay, weißt du was? Was denn? Willst du was? Willst du was sehen? Ja! Warum tippst du so viel? Halt's ab! Halt's ab! Pff! Halt's ab! Halt's ab! Halt's ab! Das war bewährt! Aber das ist doch wohl klar! Wir spielen mit 20 Würfeln und die... Ein Drittel davon in 10! Halt's denn, Leier, gefrucht! Halt's denn? 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 Ja, jetzt. Entschuldige dich bitte! Ich hab ne kurze Frage. Halt's denn? Könntest du bitte nicht callen, dass ich lüge? Danke. Acht! Weißt du was? Nö! Mann, danke! Nein! Mein Knecht, die kann ja nun sterben jetzt. Die Knechte wär hier spot on. Wir würden alle trinken, bin ich mir sicher. Ja, ich weiß nicht, ob wir da einen Leier callen sollten. Ich hab mehr als 0 Dreier. Ich mache es, ich muss es. Vier Stück allein bei mir. Oh Gott. Zwei mal hier. Oh, um Gottes Willen. Nur, Clayton, die Einser zählen doch auch. Aber ich kann doch... Das ist doch 20 Würfel im Rennen. Er kann doch nichts anderes auswählen, meint er gerade, oder? Zehn Dreier, Alter, machen können. Ja, als ob mir Juli das geglaubt hätte. Ja, aber ist ja egal, es waren ja zehn Dreier sogar. Ich weiß gar nicht, ob sie es glaubt. Die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem recht gering. Das ist halt wirklich stimmt. Jetzt sind es nur noch 15 Würfel. Ja, aber immer noch 6-6. Das ist doch Fake News. Ne, 6-6 ist doch low. Das ist, glaube ich, Fake News. Ihr werdet schon sehen. Ich habe viele. Es ist schon möglich. So viel hast du gar nicht. Ich habe geblufft. Mensch, Kostner weniger als ich? Wow! Hätte ich hier nicht gedacht. Ja, was hast du denn, Edems? Also, ich sage es. Juli hat noch vier Zähne. Hey, ich habe mehr. Hey, weißt du was? Ich wollte 6-6, da wollte ich auch sagen. Ich war schon drauf. Jetzt musst du die challengen oder her attacken, ne? Nein, nein, ich wollte jetzt drücken. Oh, da bin ich gegen. Oh nein, ich habe die falsche Tast. Oh nein, ich habe die falsche Tast. Oh nein, ich war so idealistisch. 4, 5, 6, 7, 8. Es waren 9-6. Ich guck nicht. Juli, aber auch wenn du gechallenged hättest, es wäre falsch gewesen. Es sind 9-6. Ach so. Mensch, Dalu, ich gucke da jetzt gerade bei mir rein, so, ne? Ich gucke auch bei dir drunter, ich kann das sehen. Oh, ein entspannter Start. Ich kann diesmal nicht auf 7-6 gehen. Liar. Ohne Käse schmeckt echt komisch. Aber immer wieder. Direkt klar, vier! Ja, er hat vier! Mit Gemüse drin. Fünf, 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 das hat er vier. Oh. Dalu, nein. Prost, Digga. Schön mogen. Hat uns ja nicht genippt. Unglaublich. Meine Münder bewegen sich. Von deinem Münder. Ja, weil ich ja auch Macecam habe in dem Moment. Ich fand das lustig. Wenn man auf einmal so akut merkt, so, oh, warte, 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 vier, vödelstel sagst du. Ja. Also ich habe keine einzige Katze. Ja, ich finde es auch eine Unmöglichkeit. Also dann nehme ich lieber realistische Dinge. Oh, ja. Das finde ich sogar ziemlich realistisch. Soll ich auf. Wenn ich so reinguckst, stimmt. Oh, shit. Mann, Dalu, warum tust du mir das an? Ja, weil ich ja selber drei habe. Was? Du hast selber drei? Ich habe drei. Ja, aber doch nicht neun. Vielleicht habe ich auch nur einen. Ich weiß nicht, ich kann die sechsten nicht so gut ergehen. Das ist ne brutale Lüge. Oh, ist aber doch realistisch. Hier komme ich. Oh, guck mal nicht an. Oh, Mann. Was ist das für ein Scam? Oh, ich hatte das, du auch noch rein hast. Was ist das für ein Scam? Oh, shit. Die Hälfte des kompletten Stables war nach 10. Die Hälfte aller Würfel. Das ist ja gut. Aber ist sechs Einsen realistisch? Weil sechs von jeder anderen Zahl ist realistisch. Weil... Sieben, Vieren? Man nennt das auch Fear of the Dark, weil die sind so alle im Dunkeln gerade. Das ist... Hört auf! Nein, nein. Nee, ich kriege immer die hohen Zahlen ab. Acht, Fünfen. Nee, das hatte ich für unrealistisch. Findest du? Ja, selbst mit den Einsen von Julie. Ich hoffe, dass Julie halt wirklich ein paar Einsen hat. Oh, scheiße. Die habe ich. Oh, drei hat sie sogar. Ganz unrealistisch war das nicht. Ja, was war eins auf? Ja, Knecht, die hatte halt gar keine. Die Sieben, Sechser? Was? Ist doch ein solider Anfang für eine Runde, oder nicht? Weil der Nächste muss nämlich auf acht erhöhen. Scheiße. Tja, Knecht, ist dein Tod wieder. Nö, ist doch richtig. Was? Ja, wenn ich mir jetzt alleine überlege, ich alleine habe ja schon 47 davon. Also... Nach der letzten Runde verwundert du nix. Also ich alleine habe die Hälfte von den Fünfen. Ja, ich nicht. Also das... Tschüssi, du wirst dem Stinger dann ja nicht glauben. Ich würde das nicht. Ich würde das nicht. Fake news. Oh, nein, ich glaube das nicht. Ich hätte das nicht gechallenged. Oh, ich hätte auch nicht gechallenged. Nein, nein, nein. Was? Als ob... Du hast selber auch noch... Ja, aber doch... Ja, aber doch... Ich denke, das war... Ich weiß, das letzte wird nicht mehr. Hm... Die Dame sagt, this goes down smoother than my last marriage. Sag ich nicht. Nee. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich. Das wollte ich heute Abend noch trinken. Mann ey, der alte Saufbruch. Kannst du mir aus der Biene ziehen. Das ist einfach so... So Papier-Nuckelis. Hm. Dalu, wie viele 27er hast du? Vier Dreier? Er pläht dich, Katja. Ja, 5,2er Minimum. Das ist schon hart. Das ist schon... Das ist schon ärgerlich. Ich glaube sogar, das stimmt. Das ist das Schlimme daran. Aber was hältst du? Von 5,5en? Von 5,5en? And that's saying something. Auf 5,5en? Wenn du wirklich die 1er hast, die ich denke... Dann äh... Sag ich Laia. Er hatte ich in der 1. Runde geplayt. Ich hatte in der 1. Runde so gelogen, die hatte ich nichts von. Ich hatte 0,2 oder so. Derle, nein. Großstar, ne? Ja, Moment, was hattest du? Du hast es vorgecallt, was? 5,2en? 5,2en, ja. Aber ich hatte 3,2er. Ja, okay, und ich hatte 2. Also ich hatte 1,2 und einen Joker, deswegen. Ja, das haben wir schon gedacht. Ne items wieder. Jawohl, und mein Mund bewegt sich auch. Hui! Ja, das schaffen mich alle. Ja, das machen wir schon. 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 Vielen Dank.